Oh ja. Na komm mal Olaf. So. 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 So... Mir ist jetzt noch eine Überlegung, ob ich die Basis da oben noch stürmen soll oder ob ich gleich Richtung der Hauptquartier gehen soll. Und das ist, glaube ich, eine blöde Idee. Auf jeden Fall habe ich langsam genug Kampfpanzer. Oh, er ist sogar auf den Trick reingefallen. Wie gut, dass die KI manchmal einfach dämlich ist. Oh, genau. Machen wir das mal so. Gehst du mal da hin, du mal da hin. Na komm, auf 3 hättest du ihn doch noch runterschießen können. Komm schon, hauen auf 2. Immerhin, das funktioniert noch. Okay. 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 So, dann krieg ich jetzt auch meine Fabrikkarte. Das machen wir mal so. Okay. Okay. So lange ich nicht mit Kannbei spiele, sollte ich mich lieber nicht von Artillerien treffen lassen. Bei Kannbei war mir das noch so halb egal. Der hat das eh weggesteckt. Aber mit Olaf ist das nicht mehr ganz so einfach. Gut, ich hole mir jetzt erstmal meine Laborkarte. Damit wir die schon mal haben. Hm? Hm? Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm. Den kriege ich nicht sicher weg, ne? Das ist nicht so doll, aber gut. Ein AT-Hit kann ich kassieren. Einer geht. Ja, AT steht ja eh nur auf einer Straße. Dann macht sie nicht mal erhöhten Schaden. Ich habe ja mittlerweile mehr als genug Medium Tanks. Und sie hat ne Super. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, die da runter zu kriegen. Das ist, glaube ich, allgemein keine allzu gute Idee, da weiter drauf zu hauen. Wenigstens hat sie mir freie Bahn zu ihrer AT gelassen. Es ist irgendwie witzlos, sie auf ihrer Basis anzugreifen, während ihrer Super. Das ist irgendwie witzlos. Moment, wie weit bin ich von der Super weg? Kein Stern. Nein. Nein. Also, nicht... Das ist irgendwie... ... ... ... So, jetzt kann sie aber eh schon nichts mehr machen. Den habe ich gewonnen. Ich kann jetzt nur noch ein bisschen aufräumen. Jetzt schaffe ich zum Schluss sogar noch fast alle ihre Einheiten kaputt zu machen. Da kommt sie. Na komm, hau mal nächste Runde nochmal rein. Deine Siege ist super. Ach, jetzt macht sie es mir aber einfach. Was meinst du, Hauptquartier besetzen oder ihre letzte Einheit kaputt machen? Bist du überhaupt noch da? Äh, letzte Einheit. Okay. 101%. So. Fertig. fertig ich bin bei 9999 Punkte ich muss mal welche ausgeben hier haben wir jetzt die Labor-Mission freigeschalten wenn ich die mache dann darf ich auch hier meine Titan-Panzer bauen in Blue Moon aber du hast ja gemeint das wäre die letzte Mission für heute ja so gut immerhin wieder zwei Missionen gemacht zwei lange in der Advance-Kampagne dauern die alle ein bisschen länger weil es soll ja irgendwie herausfordernd sein wobei die Advance-Kampagne hier wirklich einfach nur so eine Sache ist dass die ganzen Missionen in die Länge gestreckt werden im Vergleich zur normalen Kampagne naja gut die richtig schwere Advance-Kampagne kommt ja erst noch wenn ich mit dem Spiel hier fertig bin weil die hier ist noch sehr gut machbar wie man sieht also dann ich beende jetzt hier erstmal wieder die Aufnahme und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder bis dahin macht's gut ciao 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 ciao